Gehen wir da noch mal rein? Äh, später. Achso, wir brauchen ja noch diese Fähigkeit mit da irgendwie reinzukrabbeln. Und ich glaube auch hier kommen wir dezent erstmal nicht weiter. Toll. Das war ein kurzer Ausflug. Oh Mann, das werden wir alles später noch mal ablaufen dürfen. So, erstmal hier deine Uhr. Du hast es gefunden! Oh, das ist das schönste, was jeder für mich hat getan hat. Well, ähm, wir haben deine Leben geholfen, weißt du? Ja, also, ich meine, außerhalb davon. Danke dir so viel, ihr zwei. Ich habe nichts zu geben, aber hier. Geh dieses Set von Schleifern. Danke, Guillen. Ich bin glücklich, dass wir uns auf Service sind. Ah, zu haben, diese Schleifern zu haben, bringt meine Meinung zu Ende. Danke, Dust. Bitte, bitte. Vor allen Dingen, er hat nicht viel, nur so ein paar Schlüssel. Magic Keys. So, irgendwo soll ja noch der Angriff stattfinden und die Wächter stehen da einfach rum, als wenn es sie überhaupt nicht interessiert. Cool, oder? So, Gianni, jetzt bist du dran. Okay, Gianni, wir sprechen. Würdest du mir sagen, warum hast du ein Kind, die Erends außerhalb der Stadt mit Monstern rundherum? Well, I certainly can't be running around outside myself. Those monsters, they are dangerous. So, where is that Corbin brat? He's lucky I'm a patient type and I didn't report his laundry thievery to the guards. Well, after rescuing him, we sent him back to the village. Rescuing him, you say? Is he all right? Yes, he'll be fine. A bit shaken up, but... Fine, fine. And what of my laundry? Surely, after all that time he spent out there, it must be cleaned by now. Yeah, Gianni, here. Take your laundry. But you're never going to ask Corbin to leave the village again. Do you understand? Um, ha. Well, when you put it so threateningly, I suppose I have little choice in the matter. Good. For your sake, you should hope we don't have to talk again. Believe me, I will avoid it if I can help you. You know what? I kinda hate this guy. And now would just love to mal his face off. Manners, fidget. It's what separates us from the animals. Und ja, dieser Typ hat's verdient. What do you want? Is something wrong? Oh, everything is on fire. This is agony. Agony. Well, maybe having a poor defenseless boy wash your laundry way out in the woods isn't agreeing with you. Go for... Go! Just leave me alone. Let me agonize in peace. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Danke, Knils. Top Entscheidung. Der Arsch hat's verdient. So, Mosca hat uns schon eine Aufgabe gegeben. Da unten war nichts mehr. Ähm... Aber wenn ich das richtig sehe, geht's doch auch irgendwie noch nach unten weiter, ja? Haben wir hier irgendwo einen Gang verpasst? Hallöchen. Oh, we've been attacked! Has the box been opened? That depends. Did your box have a lot of flying monsters inside it? How would I know? I've never opened the box. Never. Ever. Except... Except once. I think it's what made me this way. Maybe. Okay. Well, I doubt your box had anything to do with this, Reed. Still, I'll keep my eyes open. Aber wenn es diese... Oh, guck mal, jetzt ist hier offen. Jetzt ist hier offen. Jetzt können wir nach unten. Hallo, Dicker. Machst denn du hier? Oh, guck. Well, now, we can look at this. Seems our village has got itself a new basement. You don't seem too concerned. Trust me, not much happens here. So when things start crawling out of the ground, you pull up the chair and enjoy the show. Okay, Augustine, but promise me that you'll stay here. I don't need anyone getting hurt. Bah! What, you have all the fun? Well, I guess you're the one with the sword after all. I'm the one with the sword. So it looks like... Why are you still here, Augustine? You should head back to the village. Nah, I figured I'd take on the first monster that comes through here. I've had a full breakfast and I'm ready for anything. Bisschen verrückt ist der Typ schon, oder? Aber nur ein bisschen so. Da geht's weiter nach unten und hier geht's auch weiter. Wir nehmen erstmal den linken Weg. Und das sieht nach einer weiteren Arena aus. Cyrilane Prüfung Nummer 2. Wow, haut zu! Wow, getroffen. Mist. Komm her, komm! Komm, nicht an mir vorbeispringen! Ich hab keine Zeit für sowas. Alter, wie viel von den Dingern gibt's denn hier? Wir braten auf Lexi. So sieht's aus. Na komm, hopp, 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 hopp. Ah, so eine Prüfung auf Zeit bin ich totaler Fan von. Ah, gleich nochmal erwischt, verdammt. Komm, die Zeit läuft. 40 Sekunden. Wow, was geht? Hier steppt der Bär. Ich glaube, das wird nicht so cool. Komm, schneller! Na, 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 na. Jawohl, oh. Ein Hammer verpasst. Ein Hammer verpasst. Lampe übersehen, ja. Es tut mir leid. Das war nicht so gut. Und einen Taucheranzug. 20 Meter zurück war die. Können wir da nochmal gucken? Ne. Aber machen wir die Prüfung nochmal, oder? Ich hätte da schon die 4 Sterne. Gerne, gerne, die 4 Sterne. Gerne, gerne, die 4 Sterne. Ja. Ah, zu hoch. Zu hoch hoch. Ah. Aber ich glaube, gefühlt sind wir jetzt schneller. Wenn wir uns jetzt nicht die ganzen Punkte wieder abziehen lassen. Oh, wir haben einen verpasst. Ach, Mist. Wo war der denn? Da. Da war der von vorhin. Ne, wir haben doch keinen verpasst. Alle da. Oh, Bauplan. So, nicht schnell durch, ja. Das könnte besser gewesen sein. Ja, kommt sie schneller. Aber es reicht nicht für den 4. Stern. Mist. Aber wir bekommen auch kein neues Item dafür. Aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ähm, 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 beziehungsweise was heißt gerade richtig gesehen? Ich glaube, es gibt einen Erfolg dafür. Kann das sein? Der Schmied vom Schützenpass, letzter Wille, harte Zeiten. Uh, schließt das Spiel auf Hardcore ab. Ja, kann man machen. Verdienen die an allen Wettkampfarenen 4 Sterne. Na, kommt. Einen Versuch noch. Beim dritten Mal klappt es immer, oder? Der war knapp gerade. Komm, großer. Oh, Mann. Oh, hier verliert man so viel Zeit, wenn man davor steht und wartet. Oh, hier verliert man so viel Zeit, wenn man davor steht und wartet. So viel Zeit. Na, komm. Reicht's? Ah, Mann. Nee, komm, lass mal. Machen wir später irgendwann nochmal. Das machen wir später nochmal. Erstmal speichern. Ende der Linie. Sieht aus, wie ein ziemlich schreckliches Lauf. Ja, sehr schrecklich. Ich glaube, wir sollten nachher gehen. Es gibt keine Zeit, um eine andere Route zu finden. Es kamen durch hier. Und es muss einen Weg nach unten sein. Na, hier geht nichts. Und ein roter Resonanzstein. Den haben wir natürlich nicht. Auch schöner Hall. Ja, hier geht's. Fidget, du musst dich aufhören. Ich dachte, du sagst, dass du nicht so schrecklich bist. Ich bin nicht so schrecklich. Ich bin so schrecklich, die Dinge in der Schreck. Ich sehe nichts, Fidget. Wie kann man sich das hier sehen, mit dem großen Halt über deine Augen? Ich liebe Gaves. Wir sind nicht so schrecklich. Wir sollten sohren in der wide-open Skye. Ich dachte, du bist so schrecklich. Oh, hush. Sei doch still, Last. Tentakelmonster. Hentaimon. Kapitel 2 Finsternis. Die Tentakelmon-Höhlen. Schreit für mich. Aber die machen zumindest Licht, die Monster. Und sie greifen auch nicht wirklich an. Muss man die töten? Ja doch, sie greifen an. Knilz, was ist denn los? Auch ein bisschen kaputt. Ich töte sie, weil wir gerade festgestellt haben, dass sie mir... Ja, ich töte sie, weil wir gerade festgestellt haben, dass sie mir...